So, können wir nicht mal anfangen? Willkommen bei... Willkommen alle Chico's und Chico's da draußen, der Skyline ist am Start. Ja, und dann keine Runde. Let's Play Aragorn. So wie es aussieht, die letzten beiden Folgen, die wir jetzt aufnehmen werden. Ich freue mich schon auf das Ende. Mal gucken, wie brachial es mit seiner Grafik auf uns einschlagen wird. Welche mächtigen Bossfighter wir sehen werden. Und wie schön die Landschaften einfach aussehen. Die wir selber nicht einsehen können, da wir die Kamera nicht bewegen können. Ja, doof. Ja, wir haben so einiges erlebt. Hallo, gehst du jetzt? So. Wir haben einiges erlebt auf unserer Reise hier. Wir haben auch angefangen als kleiner Bauernjunge. Ach ja, wisst ihr es noch? Dann haben wir das gemacht. Das, das und das und das. Das und das. Das, 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 das. Jetzt sind wir hier. Ähm, ja, ich würde nur sagen, starten wir auch einfach mal gleich los, ne? Verteidigung der Wartner. Normal. So, hältst du jetzt aufgesetzt? Damit ich auch was höre. Weil ohne, ohne Sound ist das schon ein bisschen doof dann, ne? Glaubt ihr auch, ne? Ja, glaub ich auch. Weil das würde das bringen, wenn ich jetzt, wenn es erkennt. Ja, das mache ich aber auch. Aber Galvatorix würde sich nicht so einfach geschlagen geben. Die Soldaten des Königs durchbrachen die Verteidigung der Warten und nur die Helden konnten den brutalen Vormarsch stoppen. Die Soldaten des Königs sind in das Tal eingefallen. Vernichte sie alle. Das Lustige eben gerade, meiner Meinung nach, war ja, dass ich ihm, also als Aragorn, ähm, schön mit dem Schwert von hinten durchgeschlitzt habe und Montag nochmal meinte, er müsste nochmal nachhaken. Ja, warum nicht? Machen wir mal weiter. 400 Feinde müssen wir töten. Okay, wo bin ich denn? Hier bin ich. Immer drauf, da. Oh, oh, was? Aua. Du kannst nicht mal einen anderen attackieren. So, ich nehme den hier hinten. Hier ist ein bisschen schneller. Jetzt muss ich echt 400 Leute davon niedermähen. Da, jetzt machen wir schön mit Pfeilhage drauf. Scheiß doch drauf, wenn wir unseren eigenen Kollegen treffen. Das macht doch nix. Boom. Da kann ich mich weiter bewegen. Ich muss jetzt nicht hier rumdödeln. Alter, noch 394 Leute. Da haben noch mehr Doppelwohnerprobleme. Immer schön mit dem Pfeil draufhauen. Keine Gnade zeigen. Das muss auch bei, nicht mal. Immer drauf da. Ich glaube, ich habe einen getötet. Ich bin mir aber nicht sicher. Schöne Angelegenheit. Da ist einfach... Heißt doch nicht, der hat mir beide Punkte abgestaubt. Okay, das war fast gut. Die hätten auch beide runterfallen können. Komm. Hatt dich auf. Super. Da ist noch schon nix anders. Da hat es ja auch jetzt vollgebracht. Schutz einzusetzen, Affe. Dann macht die ganze Zeit nur Schutz. Aber ich muss wenigstens nicht hier irgendwie so und so viele Dorfbewohner vor dem Tod aufbewahren oder sowas. Das ist schon mal ganz in Ordnung. Aber das würde nicht ungemein schwer sein. So, immer drauf da. Da steht das Arscher wirklich direkt neben mich. Und Schwingerling. Keine Sorge, ihr komischen Dorfbewöhnchen. Weil ich das eigentlich gar nicht vorhatse. Ich würde eigentlich hier... Schwing. Immer drauf da. Oh Mann, ey. Er ist einfach mit dem Fall schneller als ich. Jetzt sind wir schon mit A. Immer mit A. Mit A ist das viel besser. Ah, damit könnte er nicht rechnen hier. Jetzt immer schön mit B draufheizen. Wir sagen vollkommen chancenlos. Nein, ich hätte jetzt aufgehört. Ja Leute, das war dieses Level. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Was denkt ihr denn von mir? Alter, so ein Scheiß-Schutz-Beschützt-Dien. Okay, lassen wir ihn doch einfach da hochdödeln. Bis jetzt sind wir noch... ...ungreifmäßig auf. Also bis jetzt bin ich noch am Gewinn. Mit Punktzahl unten. Wie macht das ja? Montag. Montag. Guten Tag. Krieg nichts hin, außer... ...Peile verballern. Gibt vorher mal was trinken sollen. Glaub ich nicht. Können wir nicht alle in Frieden weiter miteinander leben? Das macht nochmal was. Montag. Oh, schöner Vierer. Das habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Schöne Sache. Ey, hier einfach mal mit einem Feuer... ...da reinheizen. Na ja, das war schon erledigt gewesen. 50, 60 Stück auf einen Schlag. Das ist nicht so einfach. Ich hätte jetzt... ...um ließen mir die Möglichkeit, jemanden hier runter zu schubsen. Immer mit B drauf, weil ich so ein professioneller Kämpfer bin. Ja, schön mit A. Gib ihm. Gib ihm. Wo will der denn? Er scheint ein bisschen verwirrt zu sein, der Junge. Saffirer. Oh, make it real. Oh, das sind aber gar nicht mehr. Kämpfer auf einen Schlag, würde ich sagen, ne? 350 auf 330. Tendenz weiter sinkend. Alter Schwede. Warum nicht gleich so? 300 Meter gemäht, Alter. Ordentlich. Schöne Sache. Ich will dir da zwar arschen. Okay, da kommen wir nicht rein, weil da ist ja alles am Brennen. Ja, schon blöd, wenn wir uns in der Nacht verstecken würden. Unsichtbare Mauern. Yay. So etwas habe ich auch schon mal besser gesehen. Naja, so ein Spiel, das wirklich unsichtbare Mauern braucht, weiß ich echt nicht. Sondern das kann man auch bestimmt schöner machen. Muss ich jetzt durchs Feld laufen? Das sieht doch jetzt verarschen. Gut, ich muss nicht durchs Feld laufen. Muss jetzt wieder zurückdüllen. Schwingen, schwingen. Ich habe mir einfach mal hier hoch. Hier rüber. Ja, schön. Der Mutter war schon da oben? Nein, noch nicht. So, hoch. Ich habe keine geschossen. Aber gut, pass einfach mal drauf auf. Wir kämpfen gut zusammen, Mutter. Ja, vor allem weil ich das meiste mal kämpfen. Wir kämpfen auch gut zusammen. Wo kommt der denn jetzt her? Hat er einen Fahrstuhl genommen oder was? Und tschüss. Immer schön mit B, weißt du? Und schwing dein Ding in die Klöten rein, ey. So, hier die Treppen wieder hoch. Wieso ist denn das vor mir? Vor allem, wieso kämpfe ich gegen Menschen? Wo sind die ganzen Urgeals? Geht in Deckung. Jawohl, ein Kontrollpunkt. So ein scheiß kleiner Bauernjunge muss ich alle retten, ne? Mach den scheiß kaputt hier. Kein Bock auf dieses Geschisse hier. Immer schön drauf da. Das war ein fucking Double Kill, würde ich sagen. Wenn man auf der zum Triple Kick erreicht hat. Ach ja, das macht doch nicht so kompliziert. Komm, Mutter, weiter geht's. Ja, komm, wir tun dich mal um den. Ich komm, wir tun dich mal um den hier. Deswegen, nein, den mit dem Schokoring. Hast du schon beide? Ja, du musst dich nicht gleich in die schwulen Position. Wieso bin ich denn Verräter? Nein, nein, nein. Tue ich nicht. Versprochen. Ich mach Butt-Mashing. Butt-Mashing. Boom. Boom. Weg damit. Die Mutter kennt sich aber ganz schön gut mit den Punkten. Normalerweise. Nice. Aber einige. Aber einige. War das dann Kollegen von mir oder was? Das waren dann Kollegen, die an mir vorweigerannt sind. Okay. So, das wäre ganz nice, wenn ich die Lebensmittel da umkriegen könnte. Schön. Bisschen Leben hier dazu geholt. Jetzt wollen wir mal kurz gucken. Ob wir hier nicht noch irgendwo ein verstecktes... Ja. Bleib liegen, Alter. Das freut mich für dich. Muss ich doch da oben lang? Also muss ich jetzt da unten oder hier oben lang? Äh, hier unten oder da oben lang? Habt ihr schon ein Ei gesehen? Wenn ja, schraut es in die Kommentare. So, hier scheint nichts zu sein. Ich kann es nicht einsehen wegen der... Scheiß Kameraführung. Aber es scheint nicht hier lang zu gehen. So, die Zahl hat sich auf... 244 verringert. Das heißt, wir gehen langsam mal dem Ende entgegen. Ich hab nicht mal die Hälfte geschafft, ey. Ich komm... Ich brauchst mir gar nicht so schön zu reden. Ah, dann kann ich... Was war das denn jetzt? Den hab ich jetzt zweimal getötet. Bullshit! So, tschüss. Ich vermute mal hier läuft ne... Hier führt ne Brücke drüber. Sei verflucht! Erdogan, auf der Brücke sind Sie schutzlos. Beschäftige sich hier. Da ist ein Ei! Da ist ein Ei! Ich will das Ei, 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 ich will das Ei. Da ist ein Ei, ich will das Ei, ich will das Ei, ich will nur das Ei haben. So, der weg! Hast du sie, Mutter? Schöne Sache. Guck mal hier um den anderen, den hab ich ja kein Problem. Ja, genau, bevor... Ey, da immer drauf fahren, dann kenn ich jetzt nix mehr. Meiner. Schön, Saphira macht auch mit. Okay, warum auch immer der jetzt runtergefallen ist. Pst! Oh! Oh! Aua! Aua! Das hat sich gleich wehgetan. Okay, hier unten musste ich auf jeden Fall nicht lang. Das ist ein einfaches Grund. Schönes Ding! Das ist so einfach. Hier, ein höherer Schutz. Wow! Saphira, der war schon down. Oha! Oha! Und den ja... Geben wir auch mal direkt. Geben wir auch direkt. Das war's hier. Komm mal weiter. So, wir haben die Hälfte erreicht. Ja, das, äh... Ist... Schönes Angelegenheit. Hier, dein Schutz erstmal hier weg, hier, würde ich sagen. Ah, wie gut, dass ich alles sehen kann, ey. Das ist so schön. Vor allem merke ich überhaupt nicht, dass ich jetzt sterile geworden bin durch Zarok. Können wir heute mich verarschen. Aua! Aber ich kann's da ja nicht noch schwuler sagen. Ja, irgendwie ja nicht. Du kümmerst dich da um einen läppischen Scheißsoldaten, während ich mich hier um drei, vier kümmere. Das ist ein einfacher blöder Soldat. Gib ihn doch einfach. Mein Gott. Du akzeptierst meine Schläge. Das war echt nice. Hier, komm, Saphira. Gib mir mal Unterstützung. Weil du ja sonst nichts auf die Reihe kriegst hier. Drache. Okay, das war nice. Schöne Angelegenheit. Da sinken wir die Gegnerzahlen. Das ist schön. Alter, gleich mal auf. Auf 115. Ja, nice. Äh, muss ich jetzt hier runter? Weg damit. Hoppala. Obwohl ich so viele Punkte kriege, halt Montag ordentlich mit, Alter. Okay, ganz schön eigentlich hier. Fangt sie ab. Gib mir Muttag. Und diese epic Musik hier ist im Hintergrund. Da fühlt man sich gar nicht schon wie ein Pro-Liker, wenn man diese epic Musik noch im Hintergrund hat. Das ist ja ein Bio-Geist jetzt. Das ist den selber nicht so grausig. Aua. Oh nein. Alter Schwede. Stahllos. Lass mich durch. Ich geh da wieder hoch. Hey, der lässt ja auch nicht. Alter. Ja, nee. Ist klar. Das freut mich für dich. Alter. Ja, wir kämpfen zum ersten Mal gemeinsam. Alter, Letzner-Marsch. Alter. Make it real. Schöne Sache. Das war eng, war das. Schöne Sache. Habe ich ordentlich Punkte gekriegt. Nice. Nein, der Neger. Der Neger. Nein. Ich frage mich, ob Menschenfleisch für sie schmeckt. Das war es. Das war's. Das war's. No. Ich frage mich. Fahne. Ich frage mich. Ich frage mich. Oh nein. Ich frage mich jetzt.